Eine Sportart, die direkt mit dem Abnehmen in Verbindung gebracht wird, ist das Joggen. Es soll eines der effektivsten Sportarten sein, um Gewicht zu verlieren. Und dabei braucht es ja auch ganz ehrlich nicht viel. Laufschuhe an und los, du kannst es jederzeit und überall machen, du brauchst nicht viel Equipment. Aber die Frage, die sich natürlich mir auch stellt, ist, wie effektiv ist Joggen wirklich, um abzunehmen? Und ist es ein Muss, um sein Wunschgewicht zu erreichen? Und vor allen Dingen, ist es wirklich für jeden geeignet? Und diese Fragen wollen wir hier und jetzt in dieser Folge einmal aufklären. Hallo und willkommen, hier ist wieder Martin, dein Gesundheitscoach und Ernährungsberater. Und beim Joggen geht es den meisten ja darum, sich auszupowern und ins Schwitzen zu kommen. Und dabei in einer bestimmten Fettverbindungszone zu sein, um halt so effektiv Kalorien zu verbrennen. Und dann natürlich auch Fett. Das hört sich natürlich super an und ist aber nur eine Seite des Ganzen. Da gibt es natürlich noch etwas, was viel entscheidender ist, aber dazu komme ich gleich noch direkt. Und das Joggen an sich hat natürlich auch viele Vorteile, denn es stärkt einerseits dein Herz-Kreislauf-System. Du bist dadurch, wenn du es natürlich stärkst, nicht so schnell aus der Puste. Du bist dann durch das Joggen auch mehr in Bewegung im Alltag. Du bist natürlich auch in der frischen Luft. Du siehst mehr, bist nicht die ganze Zeit einfach eingeperscht in einem Zimmer oder in einer Wohnung. Was natürlich auch deiner mentalen Gesundheit sehr zuträglich ist. Denn dadurch kannst du einfach auch viel besser abschalten und deine Gedanken viel, viel besser auch sortieren. Dann gibt es aber auch die Menschen, die denken, nur mit Ausdauersport abnehmen zu können. Das sieht ja meistens so aus, dass man sich halt aufs Laufband quält. Und ja, oft genug im Fitnessstudio gesehen, dass dann stundenlang auf dem Laufband monoton gelaufen wird. Oder dass man mit ganz viel Widerstand dann sagt, ja, ich muss jetzt laufen gehen, weil ich will ja abnehmen. Aber man hat absolut keinen Spaß daran und denkt, nur so funktioniert es. Nur mit Ausdauersport funktioniert es, weil ich ja dadurch effektiv Fett verbrenne. Und letztendlich ist man dann froh, wenn es wieder vorbei ist. Und irgendwo ist es einfach nur eine einzige Qual und es macht überhaupt keinen Spaß und fühlt sich eher an wie so eine zweite Arbeit, wo man nicht so gerne hingeht. Und natürlich möchte man sich nachgetan einer Arbeit, nachdem man sich so gequält hat, auch belohnen. Und was man hier meistens auch doch vergisst oder gar nicht so ganz auf dem Schirm hat, ist, dass Kardiotraining sogar noch dafür sorgt, dass du mehr Hunger hast. Und meist wird dabei auch unterschätzt, wie viele Kalorien bestimmte Lebensmittel haben. Ja, das ist so ein ganz klassischer Fall. Es wird stark unterschätzt, wie viele Kalorien Lebensmittel haben. Und dabei wird überschätzt, wie viele Kalorien man beim Sport verbrennt. Und da schließe ich auch schon die Frage an, wie viele Kalorien verbrennt man wirklich beim Joggen? Hierfür nehmen wir einfach mal eine Beispielperson. Die Person wiegt 70 Kilo und macht 30 Minuten am Stück ein moderates Jogging-Training. Dabei verbrennt die Person ca. 280 bis 450 Kalorien in diesen 30 Minuten. Im Vergleich, damit es für dich eine Relation hat, ein Snickers zum Beispiel hat 304 Kalorien. Ein Brötchen mit Käse 460 Kalorien und 100 Gramm Schokolade 495 Kalorien. Das heißt, du müsstest 30 Minuten am Stück Joggen gehen, dich verausgaben und schwitzen. Und natürlich, wenn dir das auch keinen Spaß macht, dann ist es eine reine Quälerei. Und allein nur, wenn du 100 Gramm Schokolade isst, hast du es komplett wieder drin. Wenn du selbst Joggen gehst, um Fett zu verbrennen und es als notwendiges Übel ansiehst und danach unbedingt eine Belohnung brauchst für die getane Arbeit, dann verpuffen letztendlich schnell die verbrannten Kalorien. Oder was natürlich auch passieren kann, dass du mehr isst, als du durch das Joggen verbrauchst. Was dazu führen kann, dass du joggen gehst, dich verausgabst, aber denn auf der Waage die Zahl nach oben geht und du sogar noch zunimmst. Oder dass natürlich auch dein Gewicht stagniert, weil du das, was du beim Joggen verbrannt hast, gleichzeitig danach wieder reinholst. Also es ist eine Plus-Minus-Null-Rechnung. Und du nimmst so über den Tag mehr Kalorien auf, als du verbrauchst. Und das Ergebnis daraus ist, die ganze Überwindung und Anstrengung zeigen einfach keine Ergebnisse. Und du hörst einfach frustriert auf und sagst, ich kann einfach nicht abnehmen, das funktioniert bei mir nicht. Es liegt bestimmt an den Genen. Ich lasse das alles wieder sein und muss mich einfach jetzt genau damit abfinden, dass ich mich unwohl fühle und dass ich mein Wunschgewicht nicht erreiche. Das wäre genau das Ergebnis daraus. Und was ich dir hier sagen kann ist, um erfolgreich Fett zu verlieren, musst du nicht zwangsläufig Ausdauersporten machen, um dadurch Fett zu verbrennen. Das macht am Ende nur 20% deines Erfolges aus. Was viel entscheidender ist, ist deine Ernährung. Also hier ist es erst mal ganz wichtig zu wissen, wie viele Kalorien verbrauchst du denn am Tag? Und dann ein moderates Kaloriendefizit anzusetzen zwischen 300 bis 500 Kalorien. Und dann mit Lebensmitteln zu füllen, die dir einerseits schmecken, dich satt machen und vor allem in deinen Alltag passen. Also es bringt nichts, wenn du dich hinstellst und stundenlang irgendwie Gemüse schälen musst, obwohl du einen super stressigen Alltag hast. Du hast viele Aufgaben, du hast einen fordernden Job, du hast viele To-Dos, du hast dann auch noch die Familie, viele Verpflichtungen. Und dann sollst du dich noch hinstellen und ein, zwei Stunden da Gemüse schnippeln. Das wirst du nicht lange durchhalten. Und auch da hörst du sehr schnell wieder auf. Deswegen ist es hier wichtig, für dich etwas zu finden, was in deinem Alltag funktioniert. Du hast Rezepte, die du schnell zubereiten kannst, Inspiration, wo du auch innerhalb von 15, 20 Minuten schnell Dinge kochen kannst, die dir schmecken, die dich satt machen. Also letztendlich Ballaststoff enthalten, Eiweiß enthalten, komplexe Kohlenhydrate und natürlich auch einen Gemüseanteil. Du dich da ausprobierst und so merkst, okay, das Rezept schmeckt mir, das kann ich so machen. Und so kannst du letztendlich auch deine Kalorien füllen am Tag, sodass du auch wirklich gesättigt bleibst, keine Heißhungerattacken hast und dann natürlich auch für dich einen bewussten Genuss einbaust. Das ist auch mal ganz wichtig, dass du nicht komplett radikal auf irgendwas verzichtest, sondern dann für dich auch schaust, hey, warum will ich jetzt die Schokolade essen? Wie geht es mir gerade? Habe ich gerade Hunger oder Appetit? Ja, ein ganz klassischer Fall zum Beispiel auch abends oder auf Arbeit, wenn da immer wieder zu den Snacks gegriffen werden, ist dann oft, dass man sich da auch mal fragt, habe ich gerade wirklich Hunger oder möchte ich mich gerade nur anders fühlen? Ja, weil Essen ist oft auch eine Kompensation von negativen Gedanken, negativen Gefühlen, die wir so haben, so Thema Stress auch oder Ängste und Zweifel, die in uns hochkommen. Und in dem Moment, wo wir das merken, wissen wir nicht so richtig, wie wir damit umgehen sollen und dann greifen wir ganz automatisch zu den Snacks, zu Süßigkeiten, zu Schokolade. Und hier ist es wichtig, für dich ein Bewusstsein aufzubauen, warum ich das jetzt essen will und ob ich es gerade wirklich brauche. Das ist viel, viel entscheidender, weil dein Unterbewusstsein hat einen riesengroßen Einfluss, natürlich auch auf dein Denken und dein Handeln und damit natürlich auch den Abnehmerfolg. Und macht letztendlich 80% deines Erfolgs aus. Ja, also deine Ernährung und natürlich auch dein Unterbewusstsein hat den größten Einfluss auf deinen Abnehmerfolg. Und nicht, dass du Ausdauersport machst. Das ist letztendlich so das bisschen mehr obendrauf, was du machen kannst, wenn es dir Spaß macht. Aber die Frage, die natürlich noch im Raum steht, ist, ist Joggen letztendlich jetzt für jeden geeignet, der abnehmen will? Schwieriges Thema, weil wenn ich mir jetzt die eine Situation vorstelle oder die eine Person, womit ich sehr oft zu tun habe, also Menschen, die wirklich einen stressigen Alltag haben, die im Büro sitzen oder jetzt auch im Homeoffice, diese Menschen sitzen sehr viel, was auch meist dazu führt, dass die Rumpfstabilität, also alles um Bauch und Rücken, meist sehr abgeschwächt ist, weil klar, der Körper muss halt nicht viel stabilitieren, wenn man den ganzen Tag sitzt. Und das führt auch dazu, dass der Körper sich natürlich an den Alltag anpasst. Und je weniger wir uns bewegen und je weniger wir unseren Körper fordern, dann sagt sich der Körper natürlich auch, okay, diese überflüssige Muskulatur, die verbraucht nur Energie, die kann ich jetzt abbauen, weil ich brauche sie für den Alltag nicht. Und das führt ja meistens dazu, dass man dann einerseits diese fehlende Rumpfstabilität hat, die gleich noch sehr entscheidend wird, und natürlich auch fehlende Stützmuskulatur. Ja, gerade was die Gelenke angeht, ist es super, super wichtig. Und was oft auch mit rein zählt, durch diese sitzende Haltung kommt es auch immer wieder zu Verkürzungen und Verspannungen. Ja, weil wir stundenlang in der gleichen Sitzpositionen bleiben, kommt es natürlich auch zu Muskelverkürzungen und natürlich auch Verspannungen. Das hat auch wieder mit Stress zu tun, denn wenn du den ganzen Tag sitzend arbeitest, du sitzt in Meetings, natürlich hast du auch Stress und unangenehme Situationen, das schüttet in dir Cortisol aus und führt dazu, dass letztendlich auch deine Muskulatur, also dein Muskeltonus, sich erhöht und du so eine Grundanspannung hast. Und das führt letztendlich genau zu diesen Verspannungen. Und was hier nämlich ganz, ganz wichtig ist, warum ein Büromensch nicht zwangsläufig direkt anfangen sollte zu joggen, wenn er abnehmen möchte, ist, dass natürlich diese Muskulatur gar nicht so ausgeprägt ist, die den Körper stützt und schützt. Bei Muskeln dämpfen natürlich auch die einzelnen Schläge durch das Auftreten ab, weil jeder Schritt beim Joggen ist natürlich auch eine Belastung für die Gelenke. Und wenn die natürlich nicht ausreichend gestützt werden durch Muskulatur, also dass die Stabilität einfach nicht da ist, dann geht das langfristig wirklich auf die Gelenke, Gelenkschmerzen und dann hört man doch recht schnell wieder auf. Und vor allen Dingen, bei übergewichtigen Menschen ist es ganz, ganz wichtig, weil hier kommt ja der Fakt noch um drauf, dass ein Übergewicht da ist. Das wäre so, als ob du mit einer 20-30 Kilo Weste dann joggen gehst. Das Einzige, was da belastet wird, sind deine Gelenke, also das heißt Kniegelenke, Fußgelenke, Hüfte, der Rücken. All das wird stark beansprucht. Und dann kommt auch noch dazu, dass meist an der falschen Lauftechnik genutzt wird, also dass man viel über die Ferse abrollt, weil wenn man immer mit der Ferse auftritt, dann geht diese Erschütterung direkt durch das Bein in die Gelenke und von oben drückt natürlich auch noch das Übergewicht. Also auch da helfen dir auch die besten Laufschuhe und die teuersten Laufschuhe gar nichts. Weil hier ist es wichtig, erstmal an deiner physiologischen Grundbasis zu arbeiten. Und deswegen würde ich auch hier dir eher abraten, wenn du Übergewicht hast, da direkt auch joggen zu gehen. Oder wenn du 10-20 Kilo mehr drauf hast, dann nicht das Joggen zu nutzen, um abzunehmen. Wie gesagt, ein bisschen weiter vorher hatte ich ja schon erklärt, dass es nicht so günstig wäre und gar nicht den größten Einfluss hat. Und natürlich ist es auch anatomisch gesehen, würdest du dir eher langfristig damit schaden. Und um das hier ein bisschen abzurunden, möchte ich auch gerne nochmal von einem Kunden von mir erzählen, mit dem ich neun Monate zusammengearbeitet habe. Und da hatte ich eine gleiche Situation. Die Person ist zu mir gekommen, weil das Gewicht einfach stagniert, ist laufen gegangen, hat natürlich auch vieles verzichtet, hat weniger gegessen. Und dieser Mensch liebte das Laufen. Das ist schon mal eine sehr, sehr gute Basis, wenn dir das Spaß macht, was du da tust, also das Joggen. Was ich aber gemacht habe, ist, ich habe dieser Person erstmal verboten, Joggen zu gehen. Natürlich habe ich da auch langfristig gedacht, weil ich gesehen habe, diese Person wiegt knapp 130 Kilo. Und aus den genau besagten Gründen gerade ist Bürojob 130 Kilo. Und wenn da das Joggen genutzt wird, um abzunehmen, schadet man langfristig eher den Gelenken, weil gar nicht die Stützmuskulatur so da ist, um den Körper halt wirklich zu stützen und zu schützen. Und hier haben wir natürlich erstmal angefangen, das Joggen erstmal zu pausieren, die Ernährung anzupassen, sodass das Gewicht runtergeht. Und wir haben dann auch ein gewisses Muskeltraining, Gleichgewichtstraining integriert, damit natürlich einerseits bei der Abnahme die Muskulatur geschützt wird und vor allem dann gleichzeitig auch noch aufgebaut wird, um die Stabilität in den Körper reinzubekommen, um die Gelenke ringsherum und natürlich auch die Rumpfstabilität zu erhöhen, damit halt wirklich auch die Gelenke nicht so stark beansprucht werden. Und so haben wir es letztendlich auch geschafft, dass die Person dann an den 100 Kilo dran war und ich gesagt habe, wenn du unter 100 Kilo wiegst, dann kannst du gerne wieder Joggen gehen. Bei 100,5 Kilo habe ich der Person wieder gesagt, okay, ab jetzt darfst du wieder Joggen gehen und hat danach direkt noch ein paar Kilo verloren und läuft jetzt einen Halbmarathon. Ja, also auch hier kann man halt wirklich langfristig diesen Sport ausführen, aber bitte mach ihn nicht allein nur, um abzunehmen, weil das ist sehr, sehr ineffektiv und vor allem, wenn es dir keinen Spaß macht, hat das Abnehmen auch für dich einen sehr negativen Touch. Und dann würde ich sagen, kommen wir nochmal zum Fazit. Joggen an sich ist kein Muss, um abzunehmen. Gerade mit hohem Übergewicht würde ich dir tendenziell sogar davon abraten, um das zu machen, weil es eher auf deine Gelenke geht und sogar noch zu Verschlimmerung führt, wenn du Knieschmerzen und Fußschmerzen auch hast und Rückenschmerzen, Hüftschmerzen. Weil wenn die einmal da sind und die dann auch chronisch werden, bewegst du dich tendenziell noch weniger bis noch frustrierter, ist dann noch mehr und das Gewicht geht eher nach oben. Also von daher würde ich es nicht machen. Wenn du aber Spaß hast am Laufen und du würdest es sehr, sehr gerne machen, dann fang hier erstmal gelenkschonend an. Das heißt, fang erstmal an, schneller zu gehen, also so Walken. Schnelles Spazierengehen, zum Beispiel auch Schwimmen oder Radfahren, wenn du gerne für dich einen Ausdauersport machen möchtest. Weil das ist einerseits gelenkschonend, es geht nicht so stark auf die Gelenke. Gerade beim Schwimmen ist es super oder auch beim Radfahren. Und wie gesagt, das alles Entscheidende hier, um wirklich dein Wunschgewicht zu erreichen, ist deine Ernährung. Also auch hier ein moderates Kaloriendefizit einzusetzen, zwischen 300 bis 500 Kalorien. Deine Ernährung Stück für Stück umzustellen, für dich ein Ernährungsbewusstsein aufzubauen. Also wann habe ich Hunger? Habe ich gerade Hunger oder Appetit? Wann bin ich satt? Wieder auf das eigene Körperbewusstsein zu hören, was mein Körper jetzt gerade braucht. Und das kann man Stück für Stück wieder aufbauen, mit der richtigen Struktur und den roten Faden dahinter. Und dann funktioniert das auch wirklich sehr, sehr gut. Und vor allen Dingen, bring Bewegung in deinen Alltag, der dir Spaß macht. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil am Ende ist es beim Abnehmen einerseits wichtig, die Ernährung anzupassen, da natürlich Dinge auch zu essen, die dir schmecken, auf nichts zu verzichten, sondern eher bewusster zu essen und eine neue Struktur und Umstellung für dich zu schaffen. Und vor allen Dingen bei der Bewegung etwas für dich zu finden, wo du dich bewegst und Spaß dabei hast. Das ist ganz, ganz wichtig. Also ich würde dir echt davon abraten, wenn du langfristig abnehmen möchtest, irgendeine Sportart zu machen, weil du denkst, ich muss sie machen, um schnell Gewicht zu verlieren, aber sie macht dir keinen Spaß. Weil dann machst du es nicht langfristig, weil dein eigenes Körpergewicht ist immer das Spiegelbild deines Lebensstils. Ja, also deiner Gewohnheiten, das, was du immer wieder tust. Und wenn du einen aktiveren Alltag hast, weil es dir Spaß macht, Dinge zu tun, eine bewusste Ernährung hast, eine Struktur hast für dich, dann ist das Ergebnis letztendlich dein Körpergewicht, Ergo, dein Wunschgewicht. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also geh bitte nicht joggen, weil du denkst, nur so abnehmen zu müssen. Es gibt viel effektivere Wege über die Ernährung. Mach etwas, was dir Spaß macht und dann kannst auch du viel, viel besser dein Wunschgewicht erreichen. Und dann hoffe ich, dass ich dir heute wieder einen guten Impuls setzen konnte, einen neuen Blickwinkel geben konnte. Dann danke ich dir für deine Aufmerksamkeit und natürlich bis zum nächsten Mal.